Ich hab nichts gemacht! Welches Haus macht denn der Kurt Putt? Unser erstes Haus oder das rote? Das hier? Ist das Haus vorne kaputt? Ja, das haut an! Gehen wir! Scheiße! Der hat ja alles kaputt gemacht! Wo ist denn hier jetzt? Knallt alles weg! Ey, der hat hier die ganzen Bäume weggemacht! Der knallt immer noch! Der macht das Haus hier drüben! Der macht deine Scheune kaputt! Scheiße! Ich bin hier hoch! Ich bin hier weg! Ich hab kein ganzes Schwert, mein Mist! Toll, guck mal, alles wieder... Ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn gekillt! Meine Fresse! Musste alles auch... Ey, der hat das Portal hier kaputt gemacht! Alles hat er kaputt... Oh, hier auch den... Scheiße! Was ist denn hier los? Unsere ganzen Tiere sind weg! Da oben ist er wieder, der Orga! Unsere Tiere sind alle weg! Er kommt wieder runter! Wo? Das ist er oben! Nein! Ich hab ihn... Ich hab ihn gekillt! Also ich krieg den... Hier ist alles... Hier ist unser Zaun alles kaputt! Das ist jetzt hier mit... Repariert mal den Dreck! Also ich geh erstmal seinen... Seins machen! Ich hab ja ab und an meine Tür... Ich hab ja ab und an meine Tür... Der ist tot! Du brauchst... Sven! Müssen wir das ganze Haus ganz machen! Sven! Sven! Ja? Du brauchst bloß so'n Ding wie ich in der Hand habe! In Armbrust! Habt ihr das jetzt... Ey, wo ist denn... Wo ist denn das Fressen hin? Wo ist denn das Fressen hin? Wo ist denn das Fressen hin? Ja! So wie du es jetzt hast! Jetzt zu machen! Und jetzt zu machen! Nein! Das ist zu weit, Dirk! Nee, ich hab's gar nicht gekriegt! Wo ist die Frist? Das gibt's doch gar nicht, ey! Was ist das für ne Wichse, ey! Na, was hab ich... Du läufst da durch so'n Ocker! Ich hab extra sein Kind hinter dir! Die linken Zeug... Nee, die Schnecken! Lass die Schneckenruhe! Ey, wer hat mich gehauen! Ich hab die Schnecke gekillt! Ach, nee! Alter, kommt so'n Schleimkugel raus! Wie hast denn das hier mit den... Äh, Glashaber gehabt, Sven? Das wüsste ich schon... Mach erst mal bloß so, bitte! Ich mach hier erst mal das Gebäude fertig! Das erinnere mich an... Ich hab'n Karnickel gekillt! Das seh, ähm, Sven! Ja? Bau dir mal ne Armbrust! Und Bolzen dazu! Wenn ich die Gleiter zu finde... Weil ich baue, wie gesagt, noch alles andere! Weil... Weil da kriegst du übelst die Orga kaputt damit! Warte, ich muss mal ne Spitzhacke holen jetzt! Du brauchst bloß zwei Schüsse und die, so wie Dirk sagte ich... Die haben 500 live! Naja, raten wir, wir haben die Stärke ja zurückgedreht! Weil jetzt hast du's verraten! Mh... Ich verrat's aber, weil das die Wahrheit ist! Na toll! Ich bin eingeschnitten! Wüssten Affe! Ich hab mich so doll stark gefühlt! Was sind denn da Zaun hier, was hier erst war? Was für'n Zaun? Na hier vorne! Geht er ringsrum so, war hier was... Diese Hunde hier... Mh... Ach, ich hab zu... Äh... Frage an euch... Warte! Was ist ein... Was ist ein Ruperbar? Was? Was? Ein Ruperbar! Das ähm... Das ist ähm... Das ist ähm... Kleber... Äh... Quatsch hier ähm... Gummiharzt! Gummiharzt, genau! Warte... Dirk, hast du noch genug? Was hab ich genug? Ruperbar! Gummiharzt! Äh... Ich hab drei Ruper noch! Ähm... Dirk? Dirk? Musste abahnden! Ich würde gerade ja... Ich muss jetzt erst mal hier... Diesen... Dann gib ihm mal den Wasserhahn, dass ich hier... Auf dem Gummi besorge! Soll ich den... Warte mal... Kann ich dir geben? Notfalls kann ich den neuen machen! Wir brauchen... Wir brauchen... Ich weiß nicht, wo die Fenster hier waren... Hier oder was? Äh... Deine Wasserhahn ist sowieso klar... Kaputt! Kannst den neuen Wasserhahn, das ist ganz einfach! Braucht er Kleber? Kleber kannst du alles aufheben, alles... Ich kann immer gebrauchen! Ja gut, tue ich in die sonstige Kiste! Mhm... Oben rechts der... Äh... Oben links der gelbe... Knubbel! Mhm... Ich hab mal jetzt Fenster unten rein... Ich weiß nicht, ob die richtig waren... Den hab ich abgefarmt! Ich bin bloß nie höher gekommen! Aha... Hat einer Dreck? Mhm... Zwei Stück... Das sind alles in der Kiste... Äh... Kisten, wie gesagt! Wie du siehst... Hier bin ich auch nie höher gekommen, wie du siehst! Äh... Was ist denn eigentlich mit unserem Fressen hier, mit der Fressenkiste? Hat der Orga weggemacht! Muss ja ihn doch eingesammelt doch haben, oder? Baby-Elefant! Kill das Ding! Habt ihr das rübergeräumt, das Essen? Nein! Äh... Ne, Nahrung hab ich alles eigentlich in der Brude gelassen! Ich hab auch noch Notpreis... Hat einer Dreck? Ich hab auch noch Notpreis! Ich muss jetzt erstmal gucken... Jedesmal vergesse ich, was ich machen wollte! Jetzt sagen wir da! Und das wäre dann auch immer gut, wenn man... Was man nicht braucht, dann wieder ins Lager rein, dass der andere das wieder nehmen kann! Wie wollte ich eigentlich gar nicht jetzt hier machen? Das ist gar nicht mal so einfach, hier nach Gummizeug zu suchen! Ja, aber... So viele Bäume gibt's gar nicht dafür! Nee, die stehen da alle dort hinten! Wir müssen mehr machen! Die stehen doch alle dort hinten rum, die Bäume! Habe ich extra welche mitgebracht oder angepflanzt? Wo ist es bei dir da hinten? Die, die schon verbraucht sind? Ach, den Kolben brauche ich auch noch! Alles im Boden und das und das und das... Ach, fuck dich! Ach, fuck dich! Ich will mich nicht fucken! Ach, sei ruhig! Sooo... Kolben war oben eigentlich... Hölz... Wesen... Und... Typs... Was war das? Was war mit dem, äh... Das Portal, was wir dort hatten? Ich denke mal, wenn wir die Steine dort hinstellen... Na... Nee, glaube ich nicht, oder? Das wüsste ich nicht... Wir hatten's doch schon mal kaputt gehauen, oder? Kannst du dich nicht erinnern? Nein! Wir haben bloß die Steine weggehauen! Ich hab... Oder beziehungsweise... Ich hab die Steine weggehauen und hab das dann wieder aufgebaut! Ich kann's euch nicht sagen... Keine Ahnung... Hab ich noch Platz? Dicke! Ähm... Wie sieht das aus? Machst du nur dort? Mein Portal! Ja, und jetzt müsste das Portal entstehen eigentlich! Na, das ist ja Sand, weißt du? Das Westen jetzt funktioniert mit Sand! Ist ja richtig! Scheiße! Wasser... Das kotzt mich jetzt aber echt an! Was? Mit der... mit dem Fressen! Ich hab da Notfalls auch Essen! Ich hab auch noch Notfalls! Toll! Nee, das... Nee, das... Das scheißt mich jetzt an, ey! Ich guck, da fällt's hier oben! Das scheißt mich jetzt an! Hier oben! Hier oben der Knopf auch! Das zweite Obergeschoss fehlt auch! Jetzt bei Sven! Was? Echt jetzt? Das hab ich nie gesehen! Ja, guck doch mal hier hoch! Guck doch mal hier hoch! Guck doch mal hier hoch! Wie soll ich denn hier ein Stein? Entschuldigung, kann ich euch reingesetzt haben, weil ich nicht wusste! Na echt! Hier fehlt ja alles! Oh nee! Sven, das kommt dorthin! Oder? Nee! Nee, stimmt! Aber hier davor kommt noch einer! Ich hab bei mir auch noch Notfalls bisschen Essen drinnen noch! Was bunkerst du das für dich alleine? Das ist rohes Fleisch, was ich hier unterwegs gefunden hab! Ja, und warum tust du und warum sammelst du das alleine? Weil ich meine... Weil mir ist alles voll in mein Inventar! Ich muss jetzt hier langsam... Ja, hier unten war aber ne Gemeinschafts... Sammelecke! Da hab ich denn nicht rausgemacht! Da kann ich doch nicht dafür, dass das weg ist! Äh, der hat das... Ich fliege bloß bei die Löcher! Nicht, nicht... Nie, dass es nie weg ist, sondern dass das da es nie reingetan hat, meine ich! Keine Frau, ich es nie reingetan hab! Du bist weg gewesen! Du bist weg gewesen! Du bist weg gewesen! Es geht um das... Nein! Du verstehst nie, was ich vor sich hinaus will, oder? Ich tu mal jetzt ne Neu-Neu-Essen-Kiste machen! Mach das! Ich hab zwei Kisten da, aber... Hä, warum kann ich aus dem Rapperholz... Und kommt da... Stickies raus! Hä? Ja, da hatte ich das gleiche Problem! Hä? Kann man da... Der Matthias hört mir aber nicht glauben! Was? Aus dem Rapperholz kommt gleich Stickies, wenn ich das so normal hab? Zeig mal! Ich brauch... Ich baue mal ne Kiste! Ich brauch jetzt ne Kiste für die Essen! Die sich voranlassen stelle jetzt! Ich hab kein normales Holz hier mehr! Alles drüben, oder? Ist egal! Ach hier! Hat einer noch Wolle? Ach ne, die Kiste bitte! Achso, hier die Kiste kann ich das Essen reintun, oder? Ja, das ist die neue Kiste jetzt! Was? Die Wolle? Die nehm ich, die nehm ich Sven! Ich will nur was gucken! Kriegst du dann wieder! Hier, reib ich auf! Warte mal, ich bring mal was an! Das was bei mir auch noch vom Essen ist hier runter! So, jetzt gehen wir erst mal pennen! Aber, ich bin runtergefallen im Haul! Sei ruhig, wir gehen's hin! Mach mal das ganz! So jetzt, wie war das jetzt mit diesem komischen Zombie? Äh, hier, Orga? Werden sie hier angelockt? Wo kam der her? Hinten, da stand... Hinten! Die standen... Die standen dort rum! Hier oben! Die standen hier oben rum! Die greifen die unser Haus einfach an! Weil sie's können! Mhm! Ach, Schraus macht Schraus'n Beinfleisch! Ah! Ja! Ich hab gar keine Angst! Ich könnte nie mal Bäume fällen! Sag mal ey, die Kiste lieber woanders jetzt hingestellt! Dann haben wir sie wieder dort hingestellt! Ist doch Ritze! Hältst du das Transp... Ich hab... Ich hab wieder! Matthias, siehst du das hier unten? Was ist denn, Orden? Was ist denn, Orden? Komm mal zu mir und guck jetzt hoch! Neben dem Berg! Das schwäbende Ding! Hä? Ne, Orden? Ich hab keinen aufgefallen! Ach ne, äh... Guck mal in die Richtung wo ich gucke! Siehst du das wo ich gucke? Und? Ach ne, so oder so... Und? Das Ding verschwebt? So... Ne... Ne... Seh ich nicht! Verschwebt da was rum? Keine Ahnung! Tut nur leid! Wie verschwebt... Wie verschwebt... Komm, komm, komm! Komm! So weit! Okay, äh... Wenn du in die Richtung guckst, wo ich hingucke... Links vom Berg, von dem vorne hier den Berg... Ist das schwäbende Insel um? No? No? Wollen wir mal gucken, was für Schädel es gibt dann? Ich denke, das wird der Volkan sein, dass das bloß nicht gerendert ist, oder? Dirk? Dirk? Ja? Hast du zufällig Schaufeln? Ja, warte mal, Schaufeln habe ich, da hast du jetzt Glück... So ganz viele... Wie viele? Wie viele? Gib mir... Gib mir drei oder so... Jetzt hast du gerade drei und eine... Zwei neue und eine angefangen... Es ist... Es ist egal, ob die angefangen ist oder nicht... Hinten liegt noch eine... Wo? Äh... Hast du den Gummi, wollen wir gleich wieder neu geflankt, weil ich brauche unbedingt Gummi... Ähm... Hier, warte mal, komm mal her... Hier hast du... Hier hast du Gummi... Und hier hast du die Setzlinge... Hab ich... Hab ich total vergessen, tut mir leid... Ich brauche nie einen ganzen Gummi... Ich brauche unabhängig Leitung ein paar Gummi... Ja, ich baue jetzt hier eine Gummifarm gerade... Äh... Aber nicht hier vorm Haus, weil... Nein! Ne? Nein! Ich will hier mein Baumhaus hinbauen! Was ist das? So, na lass doch... Mach erstmal das fängte Platz... Für das Baumhaus... Jetzt kommt der Ofen jetzt... Lass mich erstmal hier Gummischell machen... Weil ich brauche dringlich so viel wie möglich Gummi... Oh, jetzt habe ich keine Achsen mehr... Scheißen Dreck... Vielleicht geht das auch mit der... Scheiße geht nie... Matthias, nie wundern... Wie gesagt... Ich habe hier alles jetzt mit diesen Gummibäumchen zu... Ich will sie dann bloß fällen... Und dann richtige Farben machen... Mit Gummibäumchen... Ja... Ich brauche jetzt massig... Hast du... Hast du Langeweile? Äh, du... Die stehen zu nah zusammen... Kannste gekriegt nicht... Die stehen zu nah zusammen... Oh, das ist gut... Ja, klappt alles... Die stehen zu nah zusammen... Du, diese Stellen... Die waren so doppelt so groß... Die stehen zu nah zusammen... Das sind bloß einzelne Bäume... Die stehen zu nah zusammen... Ich habe keine Achse jetzt... Glaubst mir jetzt... Nie, hast du Pech... Geh mal weg, Dirk... Ja, wir müssen jetzt mal leer machen... Die scheiß Dinger hier... Ich brauche jetzt Platz hier hinten... Warte mal, ich habe hier noch was zum... Hast du Platz jetzt? Ja... Die... Lauf mich voll... Die Sache und das hier... Und das, wenn es geht... Hinten... Ja, genau, die Ecke wollte ich mal frei haben... So... Was ist... Das? Halt? Habe ich nicht... Das... Ihr könnt... Äh... Wenn ihr... Wenn ihr Tiere seht... Die draußen nur frei rumlaufen... Ja... Einfach... Einfach abschlachten... Einfach wegschlachten... Achso... Gilt das für oft so wenige Tiere? Mach was du... Mach... Dein Vieh... Dein Wehvieh... Das ist ja... Ein Tierfest... Die befreit mag... Was für'n Dinge? Mein Wehvieh? Ja... Dein hier... Dein... Strauß... Strauß, genau... Ach was ist mit dem Haus hier oben? Wollen wir das nie mal reparieren? Oder... Da brauchen wir ja wieder neues Holz... Könntest du die ganze Zeit mal... Da hat er sich Eisenschaufeln gemacht... Ich geh krachen... Deine Freude... Ob's jetzt Schaufeln gegeben hab... Immer nur zum Mecker... Lass mich mal gucken... Lass mich mal kurz überlegen... Was wollt' ich jetzt tun? Sei mal ruhig... Was wollt' ich jetzt machen? Was wollt' ich jetzt machen? Erde brauch' ich Erde... Mach dir das durch! Guck mal raus! Was? Guck mal! Was? Was denn? Raus gucken!